Liebe Zuschauer, der Frühling legt aktuell mal wieder eine Pause ein. Wir natürlich nicht, denn es ist Mittwoch und damit Zeit für eine neue Folge DJZ News. Herzlich willkommen. Ein Fernsehbericht vom 19. März sorgte beim Landesjagdverband Hessen für Mächtigwirbel. In dem kurzen Film wurde die Verbisssituation im Forstbetrieb Frankenberg genauer unter die Lupe genommen. Prompt folgte eine Pressemitteilung des LJV. Vor allem die groß angelegten Treibjagden ab Mai werden in der Verbandsmitteilung kritisiert. Gerade im Mai sind Rot- und Rehwild hochträchtig. Die ersten Rotkälber werden bereits Ende Mai geboren. Es kann nicht sein, dass schwangere Rotwildkühe bei Treibjagden durch den Wald gehetzt werden, gerade in der Zeit, wo sie dringend Ruhe benötigen, so LJV-Präsident Prof. Dr. Jürgen Ellenberger. Von Hessen geht's nach NRW. In Bochum-Dahlhausen machte ein Hühnerhalter vor kurzem eine grausige Entdeckung. 50 seiner Vögel lagen am frühen Morgen tot vor dem Stall. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Unbekannter das Vorhängeschloss am Stall geknackt. Anschließend soll ein Marder sich an dem Federvieh vergriffen haben. Jagdpächter im Landkreis Uelzen in Niedersachsen dürfen sich nun freuen. Ab April kommenden Jahres will der Landkreis keine Jagdsteuer mehr erheben. Diesen Beschluss fasste der Kreisausschuss vor kurzem auf Antrag der örtlichen Jägerschaft. Am 17. April soll der Kreistag den endgültigen Beschluss zu dieser Entscheidung fassen. Jährlich würde der Landkreis damit auf Einnahmen von 100.000 Euro verzichten. Manche haben bereits mit einem Abdanken gerechnet, doch er macht's nochmal. Prof. Dr. Jürgen Focke wurde am vergangenen Samstag erneut zum Präsidenten des Bayerischen Landesjagdverbandes gewählt. Seit 1994 führt der mittlerweile 74-Jährige den Jägerverband an. Prominenter Ehrengast der Veranstaltung war übrigens der frisch gewählte bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Alle Einzelheiten zur Veranstaltung gibt's auf unserer Homepage unter www.doz.de. Und zum Schluss noch was in eigener Sache. Anlässlich des diesjährigen Jägersilvesters auf Gut Basthorst verlos die DJZ einen der heiß begehrten Drückjagdplätze auf der DRZ-Drückjagd. Alle Einzelheiten dazu gibt's auch auf unserer Homepage. Damit die auch in Zukunft gut gefüllt ist, müssen wir jetzt zurück an den Schreibtisch. Vielen Dank fürs Einschalten und bis nächsten Mittwoch. Bis dahin, Weidmannsheil. Vielen Dank.